ich schreib nicht mal für welche version das ist oder so und ja wenn mich dann jemand fragt für ob das bei dieser funktioniert dann sage ich das einfach okay was machen die tür nehme ich hier lieber raus ist nicht so gut was mache ich jetzt das kann ich dir nicht sagen was du machen sollst alter hier hängen immer die lianen und nach unten ich mache mir erstmal rüstungsoberteil ich habe eine idee das ganze gold werde ich nicht wir haben gold muss ich gar nicht einiges wollte man nicht eine schicke gold rüstung jetzt machen kann ich doch machen ist selten ja ich glaube ich kann es ja machen sind finde ich ja richtig geil dass wir da gleich in einer festung gelandet sind wie soll ich hier nach oben kommen noch mal hoch ja ich bin ja ja du es kommt gleich noch nach unten keine sorge bin ich gerade aber ich bin noch dabei die dem schacht schön zu machen schick zu machen mit wegen überall hin okay ich gehe trotzdem weiter ja kannst ja machen soll ich denn ein paar lava einmal mit bringen da brauche ich aber noch einmal mv und l4 transformers und so weißt du und tesseracts und pumpen das ist von feater beast ach so beziehungsweise ist es eigentlich nicht von feater beast das ist einfach von einem mod und der ist halt bei feater beast drinnen oh ich habe nein 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 mit der skelett aha und ich habe die ganze star netterwarzen gefunden ah ok wollte ich ja schon immer und was macht man mit den tränke ah ok da müssen wir uns noch eine braustation hin habe ich schon zwei ah ok sag mal kurz die zeit durch wir sind warte 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 ich bewege mich erstmal ein bisschen da darf weg denn es sind zu viele monster 45 minuten wir sind bei dem ende der dritten folge ungefähr ok nein ich komme nicht ran ah halt ich habe die idee so jetzt komme ich ran jawohl gibt es irgendwas gewisses im nähtal noch bei farbel gibt es zu viel deswegen ich weiß jetzt nicht was im vanilla nähtal close stone das haben wir noch nicht oder die textur hat sich halt gar nicht geändert habt ihr eins sieben textur drin auch mit 1 6 aber ich höre slimes gerade das bestimmt magma schleim oder so vermutlich kriegt man dann von denen dann auch auch slime balls also macher slime balls ich will das gar nicht ich komme magma slime balls bekommt man oh hier ist der spawner oh ja ich bin nicht oft gestorben da ist ja der war aber klein ich mache vielleicht demnächst auch bucket ist ja schon auf 172 dass ich dann vielleicht demnächst auch ein bucket server aufsätze dass man das dann auch mit ein paar plugins spielen können haben wir schauen ich habe nichts mehr zu essen nein ist ja mein längst das projekt was das längste die anderen die im amfang angefangen wurden sind schon alle beendet du hattest doch so form zu viel weizen hattest du dir da bisschen brot gemacht ja mein mein essen ist alle jetzt passt es gerade aber nicht ich bin closed und wasser funktioniert im netter nicht denkt immer dran denkt immer dran ich wollte mich mal mit wasser retten im netter dann ist das wasser verdünst ich weiß nicht gedünst ich glaube ich kann das überleben hier aus dieser höhe aber ich probiere es nicht aus so mal ein bisschen das kloster einiges aber das portal wie soll ich das portal jetzt erreichen ich nehme mir immer genug koppel mit ich weiß jetzt nicht wo genau das portal war so das sieht natürlich schlecht aus also das ist nicht so gut der netter ist irgendwie viereckig so viereckig ich weiß gar nicht ob der netter auch so unendlich ist sozusagen wie ich weiß nicht man endlich nein nein ich weiß es gibt ein ende ja das ist bei ich weiß auch nicht wie vielen billionen blöcken ja ja da ist das kloster ich hole jetzt kloster da haben wir zum ersten mal kloster gefahren willkommen ich bin eigentlich immer der typ der beim netter direkt stirbt oder so aber ich hier gibt es halt nicht solche verrückten monster wie bei einem anderen da da gibt es sogar kühe im netter und sie sind halt voll verdreht aus ja ich weiß ich weiß aber die festung ist schon geil und sie ist von hier oben auch richtig geil aus ich weiß ja gerade wo du bist ja werde ich ja dann in deinem video sehen ja ja laber nicht ach ab und zu gucke ich mir schon mal an ab und zu einmal im jahr nee 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 schon schon mindestens ein oder zweimal die woche so jetzt kann ich nicht mal mehr reden ich gucke mir vielleicht nicht videos an aber ich gucke was mit deinen abonnenten und so los ist du hast ja schon eine halbe tausend jetzt fast 500 und ich habe keine ahnung was ich als 500 das special machen soll ich habe da nie so ahnung was ich immer als special machen das war ich vermute mal auch dass 500er story ihr habt da irgendwie nichts ich habe zwar riesen arbeit drin gemacht das gibt in sind insgesamt fünf folgen das 500er special aber wird da verrate ich jetzt natürlich noch nicht oder doch die folge wird jetzt später kommen als das 500er special von for story kann ich es ruhig verraten ja ich bin jetzt bei 492 und zwar genau das 500 special ist ja schon rausgekommen deswegen kann ich es verraten also dir auch verraten und zwar habe ich alle 500 folgen die ich noch also immer jeweils 100 folgen genommen deswegen fünf folgen habe die zusammengeschnitten im schnelldurchlauf und habe dann dazu kommentiert so als review was alles passiert ist in der zeit das war arbeit ich habe noch mehr warzengedöns gefunden also das war richtig viel arbeit kann ich mir denken mein sie ist ja auch gerade viel arbeit das ich mache aber weil mir absolut nichts einfiel was ich als special machen kann habe ich gedacht ach machst den rückblick war eigentlich wollte ich denen ich hatte ja schon mal ein special gemacht im prinzip ein jahr vor story und da wollte ich das eigentlich machen da hab das habe ich zeitlich nicht geschafft aber ich habe mich dass das halt mit dem rückblick und so weiter das habe ich jetzt über silvester neujahr gemacht das habe ich auch mal gemacht als ich eine pause hatte ich glaube es gab auch damals eine pause von let's build together gleichzeitig als ich schon mal eine pause gemacht ja als ich prüfungen hatte aber ich habe dann trotzdem nicht die ganze zeit gelesen ich habe auch diesen trailer dann gemacht und der war auch nicht gerade leicht aber das dass ich gerade mache das ist draußen mal schwerer da ich hatte ich wollte mich eigentlich immer mal in oh gott wie hessen dieses eine animationsprogramm da einarbeiten sind wir für die genau weil ich mal halt mal auch ein trailer erstellen leute ein kumpel von mir hat jetzt auch damit einen trailer erstellt oder keine ahnung mit irgend so oder was blender oder irgend so was wie soll man damit ein trailer machen nein zu einer animation im prinzip dir eine komplette animation gemacht ich hab das portal gefunden aus glück na endlich wie viele minuten war ich jetzt im liter weiß ich nicht aber ich sehe nur dringend was zu essen meine hungerleiste die ist ja ich komme kritisch weit unten nein 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 das wurde das skelett ist mitgekommen können die mitkommen ja durchs portal nein hast du es getötet nein wo ist denn das aber das kann nur hauen ist das noch hier unten mit drinne ja nein ich hab dich gehauen nein vom skelett das aber nichts verloren aber das habe ich auch vergessen dass wir das in kohle bekommen im skelett hier kommt ich gebe dir mal ein bisschen brot das hat ja fast alles gegeben ja guck mal was ich hab so ich glaube dann ist auch die folge bald zu ende kann das sein ja kann sein muss aber nicht wir haben zwei rochstände aber ich will jetzt nicht braun wenn wir dann was bei der nächsten session machen braun was braun ach so braun braun ich brauche wasser nein ich brenne ich hab mich selbst verbrannt na so das sind so wirklich die klassiker selbst verbrannt so na dann würde ich sagen ja warte wir können eigentlich noch ein bisschen weiter machen aber gar nicht ja dann war es das leute oder oder wie ist es von der zeit her 55 minuten das passt auch so mit intro outro pre intro pre outro nach outro und ich weiß auch nicht noch was da reinkommt bei mir passt es schon okay na super also dann und du hast irgendwie einen schatten unter dir ich hab einen schatten unter mir ja das siehst du mal wahrscheinlich meinen heiligen schein ja der ist einfach von unten deine beine sind heilig ich lehne mich du verbeugst dich vor mir ja so kriegst du noch einen schlag aua ich bin böse so knochen erschlagen was mit knochen erschlagen lagerfeuer yeah ok damit wir nicht damit wir nicht weitermachen mit der scheiße wir sehen uns dann bei der nächsten session wenn es wieder heißt let's pull together let's fail together let's pull together let's fall together ok na dann ciao leute ciao leute ciao leute ciao leute Amen.